Herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video von Ausrüstung, die man braucht oder halt eben nicht. Und heute geht es um Kleidung und generelle Ausrüstung, die ich zu meinem Fahrrad dazu gekauft habe, wie zum Beispiel eine Fahrradpumpe, eine Lampe für abends, wenn es dunkel wird, Klamotten allgemein und zum Beispiel auch die GoPro-Halterung, welche Art von Haltung ich benutze etc. Und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video und jetzt gleich geht's los. Fangen wir mal mit den Klamotten an. Alles, was ich zu den Klamotten sage, ist meine absolute persönliche Meinung. Es hat keinerlei professionellen Hintergrund, was ich sage. Das sind nur rein aus meinen Erfahrungen, also meine Erfahrungswerte, die ich hier äußere. Und ihr müsst euch davon auch nicht beeinflussen lassen. Ich möchte auch keine Werbung für irgendeine Marke hier machen. Ich werde von niemandem gesponsert. Ich mache das einfach nur, um euch eventuell bei irgendeiner Entscheidung zu helfen und euch mal so ein bisschen näher zu bringen, was ich warum für Klamotten gekauft habe. Fangen wir einfach mal an. Die Handschuhe kennt ihr nämlich schon aus meinem Protektoren-Video. Das sind einfache Fox D30 Protektoren-Handschuhe. Ich glaube, Fire Defend heißt das Modell. Das sind nämlich die etwas dickeren Winter-Handschuhe. Die habe ich deswegen ausgewählt, weil ich mir mittlerweile angewöhnt habe, ohne Handschuhe zu fahren. Aber es gibt dann halt auch eben Situationen im Winter, wo es einfach zu kalt ist, ohne Handschuhe zu fahren. Oder, und deswegen haben die Protektoren, ich habe mir gedacht, da ich sowieso nur im Winter Handschuhe trage, dann könnte ich mir eventuell auch Handschuhe kaufen, die halt Protektoren haben. Falls ich mal im Sommer was springen will, wo ich mich halt vielleicht nicht so sicher fühle oder wo ich denke, da könnte was passieren, dann schmeiße ich mir die Dinge an, fühle mich sicherer und die Sache ist erledigt. Als nächstes, ja, ganz normale Fahrradsocken. Aber ganz ehrlich, Leute, ihr könnt da auch Wandersocken. Ne, Ricardo? Und ich habe hier Wandersocken. Junge, er mit seinen Wandersocken. Scheiß Wandersachen. Kommt hier mit Wanderschuhe, Wandersocken, Alter, geh wandern, ey. Oder Tennissocken anziehen. Also ich habe da jetzt, bin ich ganz ehrlich, ich habe jetzt hier zwei Paar von Fox, ich habe auch ein Paar von Platzangst, wo man so Schienhandschoner reinschieben kann. Ich habe jetzt tatsächlich bei den Socken keinen Unterschied gemerkt, irgendwie wie es jetzt zum Beispiel bei Laufsocken. Also ich habe jetzt, ich habe zum Beispiel spezielle Socken zum Joggen und ich finde, da merkt man schon noch einen Unterschied zu jetzt Baumwollsocken zum Beispiel, weil die einfach, ja, man schwitzt weniger oder ähnliches. Und ja, bei denen habe ich jetzt diesen großen Unterschied nicht merken können. Aber ich denke mir, dass reine Baumwollsocken wahrscheinlich nicht so gut sein werden, wie jetzt irgendwelche Sportsocken zum Beispiel. Meiner Meinung nach komplette persönliche Präferenz, wie ihr das machen wollt, könnt ihr selber entscheiden. Ich habe auf jeden Fall diese Socken und habe die auch an und bin damit zufrieden. Dann habe ich drei Kurzarm, ne, zwei Kurzarmtrikots. Ganz ehrlich, bei Trikots scheiden sich auch die Geister. Da gibt es teuer, günstig, bunt, wie auch immer. Ganz ehrlich, Leute, tragt das Trikot, worauf ihr Bock habt. Ihr müsst euch gefallen, wenn ihr das Trikot cool findet, dann findet ihr das cool. Wenn ein anderer das nicht cool findet, egal, ihr findet es cool. Das ist das Einzige, was zählt, finde ich jetzt. Ich habe hier ein schwarzes Kurzarmtrikot, dann dieses Kurzarmtrikot in der Farbe hier. Und das halt zwei Trikots deshalb, weil ich denke mir, ich habe ein paar Bike-Trips geplant. Sagen wir mal, man fährt jetzt eine Woche nach Sölden oder man fährt ein paar Tage nach Seilbach. Also ich kann zum Beispiel nicht an Tag zwei dasselbe Trikot anziehen wie an Tag eins, weil entweder habe ich das voll geschwitzt oder ich habe mich irgendwie lang gemacht, dass das so dreckig ist. Deswegen dachte ich mir, komm, nimmt man zwei. Und im Prinzip dasselbe habe ich dann gemacht mit Langarm. Habe ich auch zwei verschiedene, weil ich mir denke, eventuell fährt man mal im Winter oder wenn es ein bisschen kälter ist, zwei Tage hintereinander und so kann man halt das Problem umgehen, weil ich denke mir, an Tag drei habe ich dann die Wäsche schon wieder fertig gewaschen und kann das Trikot wieder anziehen. Und was ich wirklich unfassbar gerne mache auch, ist so ein Nike Pro Teil hier. Das ist so ein, ich habe das Teil immer zum Fußball angehabt. Das ist so ein dehnbares Nike Synthetikstoff, was auch immer, wie man das nennt, Nike Pro halt einfach. Und da gibt es verschiedene Modelle. Die einen sind zum Beispiel, um Schweißbildung zu verringern. Es gibt dann zum Beispiel auch diese Heat, also diese Hitze-Unterzieh-Shirts, die quasi den Schweiß in Kälte umwandeln und ein erfrischendes Gefühl geben. Also da gibt es tausend verschiedene Stück von. Das ist jetzt einfach nur ein ganz normales Nike Pro Teil und ich benutze das, das nennt sich Nike Pro Hypercool, steht sogar drin. Das bedeutet, es kühlt den Körper etwas und ich ziehe das tatsächlich unter den Panzer an, um erstens nicht den Panzer voll zu schwitzen, sondern dann lieber das Teil voll zu schwitzen und zweitens, weil es einfach viel bequemer ist. Kommen wir zu etwas, was auch jetzt anfänglich zu der Corona-Zeit gar nicht so unwichtig war, aber ist meiner Meinung nach auch so ein Winter-Herbst-Utensil. Das ist hier so ein Haltstuch, so ein Schlauch halt, den durfte man ja anfänglich auch als quasi Maske benutzen, einfach hochschieben im Prinzip. Die Dinger finde ich echt praktisch im Winter, aber ganz ehrlich, wenn ich mir meinen Vater angucke, der läuft bei minus zwei Grad im T-Shirt rum, den juckt gar nichts. Komplette persönliche Präferenz, ob ihr so ein Teil braucht oder nicht. Ich habe es bei kälteren Abfahrten tatsächlich an, weil es einfach angenehmer ist am Hals und ich möchte darauf einfach nicht mehr verzichten. Kommen wir zu den Hosen. Hosen sind meiner Meinung nach eigentlich schon recht wichtig, ist meine Meinung. Wenn ich jetzt mal Felix oder Ricardo sehe, die mit ihren Fußball-Trainingshosen da auf dem Trail unterwegs sind, sieht man ja, es funktioniert genauso. Aber ich habe ja, wie bereits schon erwähnt, so dieses Problem mit meinen Beinen oder mit meinem Oberschenkel, mit meinem dicken Hintern. Mit meiner Unproportionalität, sage ich jetzt einfach mal, in meinem Gesäß- und Beinbereich. Und ich habe echt lange gebraucht, um passende Hosen zu finden. Und das ist auch bei Jeans bei mir so. Deswegen habe ich auch Jogginghosen an. Auf jeden Fall habe ich hier von Fox so eine Hose gefunden. Die ist halt super elastisch, super stretchy. Und sowas ist halt genau das, was ich brauche. Problem ist natürlich, ich finde einfach, wenn man das Teil jetzt, ich habe die Hose jetzt seit ein paar Wochen und ich weiß nicht, ob ich alles falsch wasche, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber irgendwie geht alles kaputt, was ich wasche. Also ich finde irgendwie, bei so einer teuren Hose sollte der Druck jetzt nicht nach, weiß ich nicht, 10, 20 Waschgängen abgehen. Wahrscheinlich habe ich was falsch gemacht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hier eine kleine, eine Kurzhose tatsächlich nur. Das liegt daran, dass ich noch nicht dazu gekommen bin. Und es liegt einfach ganz einfach daran, dass jetzt der Winter da war. Das heißt, ich werde mir jetzt zum Sommer hin auf jeden Fall noch eine zweite Hose bestellen in Kurz, weil ich das einfach sinnvoller finde. Genau das aus dem selben Grund wie bei den Trikots. Zwei Tage hintereinander fahren, zwei Tage hintereinander. Ich meine, bei einer Hose kann man vielleicht noch sagen, so ja, die schwitzt man ja jetzt nicht so voll, weil man eh was drunter hat. Kann man vielleicht zwei Tage anziehen. Aber irgendwie, ich finde es cooler, wenn ich zwei Hosen habe in Kurz und die täglich wechseln kann. Genauso sehe ich das nämlich auch beim Winter. Ich habe nämlich die exakt selbe Hose, die ich in Kurz habe, habe ich von Fox auch in Lang. In der Größe 36 wohlgemerkt, damit es am Bund passt und an den Oberschenkeln auch genauso stretchig. Super zufrieden mit der Hose. Der Print geht auch ab natürlich, weil ich es gewaschen habe. Das ist eigentlich so meine Go-To-Hose gewesen, weil die ist einfach super bequem und die zwickt nirgendwo, die stresst nicht, die ist nicht super schwer oder ähnliches. Aber dann kam halt die Zeit im Winter, wo es halt wirklich bitterkalt wurde und da musste irgendwas her, was ein bisschen wärmer ist. Und da habe ich eben ähnlich, das ist glaube ich dieselbe Serie wie die Handschuhe von Fox, hier diese Fire-Defend-Hose. Und die habe ich auch in Größe 36 und die hat weniger Stretch-Anteil, aber die ist dafür dick. Ich meine, das ist jetzt echt schwer zu zeigen, dass sie dick ist, aber diese Hose, die ist erstens teuer und zweitens qualitativ richtig hochwertig. Ich bin super zufrieden mit dieser Hose, die ist echt schön gefüttert von innen, falls ihr das jetzt hier seht. Die macht echt warm, die hält warm, da kommt kein Regen durch. Also wenn ihr viel im Winter oder bei Wind und Wetter unterwegs seid, dann ist, finde ich, so eine Hose unumgänglich. Alles andere im Sommer kann man drüber reden, aber so eine Winterhose, da will ich nicht mehr drauf verzichten. Kommen wir zu den Rucksäcken. Lemmy, hier mein guter Freund, der mich quasi zum Fahrradfahren gebracht hat, der benutzt immer einen Evoque-Rucksack, der einen integrierten Rückenpanzer hat. Ich habe sowas leider nicht, was aber auch einfach den Grund hat, dass ich meistens so einen Oberkörperprotektor anhabe, der halt eben schon einen Rückenpanzer hat. Ich benutze hier einfach ganz normal meinen Nike SB-Rucksack für, weiß ich nicht, 30, 40 Euro. Nix fanziges. Ich bin aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, kein Fan davon, mit Rucksack zu fahren. Mich stört er nur, vor allem beim Springen. Ich finde, die sitzen nicht so, dass es irgendwie angenehm ist. Ich finde, das stört einfach nur, aber bei gewissen Touren, habe ich euch ja im letzten Video schon gesagt, da sind gewisse Sachen einfach nicht unumgänglich. Die muss man mitnehmen und das kriegt man halt alles nicht irgendwie in die Hosentasche rein. Also bei meinen Hometrail-Touren hier habe ich immer, immer, immer einen Rucksack dabei. Und wenn ich dann Sachen springe, dann stelle ich den Rucksack daneben, schmeiße den irgendwo hin und fahre dann die Sachen und denke mir, ich hole mir den Rucksack gleich wieder und fertig. Wie gesagt, persönliche Präferenz, was ihr für einen Rucksack wollt. Ich kann jetzt kein Review zu irgendeinem guten Rucksack geben. Ich kann euch jetzt nur sagen, ich benutze hier einen 0815 Rucksack. Ich habe hier nichts Spezielles und ich komme vollkommen klar damit. Ich habe keine Probleme. Kommen wir jetzt zu einem Thema, was, ja, da habe ich echt lange drüber nachgedacht, weil da kann man sich wirklich bis in uns, also da geht, glaube ich, die Preisspanne bis ins Unendliche. Da sind wir beim Thema Beleuchtung und ich meine, ihr kennt das selber, wir haben alle so ein Enduro-Rad oder einen Freerider oder einen Downhiller. Die sind eigentlich alle nicht Straßen zugelassen, es hat keine Beleuchtung und da ist halt nichts dran. So, was passiert, wenn ihr an einem, angenommen, ihr macht eine Tour und die Tour wird länger als geplant und es wird dunkel. Ja, und dann steht ihr da. Aber ich habe, anstatt mir jetzt die, weiß ich nicht, von Lupin oder Lupin oder wie diese Marke heißt, die haben ja tatsächlich Lampen bis zu 1000 Euro, wo ich mir so denke, da, weiß ich nicht, kaufen andere ein Auto von. So, da, ich fand das halt schon, oder ich finde es recht teuer. Ich habe dann tatsächlich bei Amazon so eine China-Alternative hier gefunden. Ich sage China-Alternative deswegen erstens, weil es wirklich aus China kommt und zweitens, weil das hier halt so ein bisschen zusammengebastelt ist mit dem Akku hier. Keine Ahnung, ob das Ding mal irgendwann explodiert oder nicht, aber egal. Ich habe das Teil jetzt nicht oft in der Benutzung, aber ich muss sagen, Leute, diese Lampe hier, die ist so hell, hat drei Modi mit Blinken und ja, man kann auf sich aufmerksam machen und diese Lampe ist wirklich so unfassbar hell, damit kann ich kompletten Wald beleuchten und ich sehe alles und ich habe keinen Stress und die Lampe hat, glaube ich, 30 Euro gekostet. Also, da bin ich wirklich im Team günstig kaufen und wenn das Teil dann kaputt geht, nochmal günstig kaufen, weil bis ich so viele Lampen davon gekauft habe für 30 Euro, dass ich mal irgendwann bei einem Tausender lande, da muss ich echt viele Lampen kaufen. Und da denke ich mir so, ne, abgesehen davon passiert es bei mir nicht oft, dass ich so Lampen brauche. Und da gibt es dann das Gleiche auch, da müsste man noch eine Batterie reinmachen, habe ich jetzt nicht, aber so eine kleine Rückleuchte, die kann man hinten einfach ranklemmen. Die haben aber auch noch so einen kleinen Gummizug dabei, damit man das befestigen kann, ähnlich wie hier bei der Lampe. Kann man am Helm festmachen, am Lenker festmachen, die Befestigungen sind alle dabei. Und gleichzeitig, man könnte die theoretisch noch beim Laufen benutzen. Habe ich noch nie gemacht. Ich gehe meistens joggen, wenn es hell ist. Und ja, soviel zum Thema Lampe. Kann ich, wie gesagt, wenn ihr Bock auf so eine teure Lampe habt, die sind bestimmt unfassbar geil, keine Frage. Ich sage nicht, dass die Dinger Quatsch oder Scheiße sind oder Schwachsinn. Für mich sind die einfach nur zu teuer. Und ich dachte mir, so eine günstige 30-Euro-Alternative, da kann schon nichts mit schief gehen, außer, dass mir der Akku vielleicht mal irgendwann um die Ohren fliegt. Aber an sowas glaube ich ehrlich gesagt nicht. Kommen wir nur zu einem Thema, zu dem ich schon öfters bei Instagram und auch bei YouTube nachgefragt wurde. Und zwar, das ist meine Pumpe. Und da bin ich ganz ehrlich, Leute. Zu dem Zeitpunkt, wo ich mir das Fahrrad bestellt habe und wusste, es wird tubeless. Und ich hatte keinen Plan, wie tubeless funktioniert. Ich hatte keinen Plan, was überhaupt tubeless ist. Für mich war das wirklich von einem halben Jahr, also im September, war das alles Neuland. Ich hatte keinen Plan von irgendwas. Und ich bin halt so ein Typ. Ich gehe dann noch ins Internet und ich recherchiere und ich gucke dann auch nach Testsiegern. Ich bin halt so ein Typ, Testsieger gucken. Und tatsächlich ist diese Lesin Digital Pressure Overdrive-Pumpe hier Platz 1 gewesen in diesem Test, in dem ich gelesen habe. Ich hatte keine Ahnung, warum die Platz 1 war. Ich habe sie trotzdem bestellt. Und siehe da, mittlerweile habe ich ein bisschen Ahnung davon. Und ich bin echt froh, dass ich so viel Geld für eine Pumpe ausgegeben habe. Das ist wirklich die beste Pumpe, die ich hier besessen habe. Oder auch, ich habe die auch meinem Vater empfohlen, der hat sich die dann tatsächlich auch gekauft. Was ist cool an dieser Pumpe? An dieser Pumpe ist cool. Die hat ein digitales Display. Man kann es einstellen auf PSI oder BAL, halt ganz normal. Man kann ganz normal pumpen, wie man möchte. Das macht man, indem man diesen Hebel nach unten macht. Dann hat man hier Metallaufsätze. Richtig cool für alle Ventilarten. Kann man umdrehen und dann hat man schon das Problem gelöst. Richtig, richtig cool, richtig hochwertig. Der Schlauch hier ist mit Textilfaser versehen. Auch richtig gut. Kann man nicht knicken, kann nicht kaputt gehen. Jetzt kommt aber das Coolste. Das Coolste ist nämlich, wenn man jetzt Tubeless montieren will, dann kriegt man ja oft das Problem, dass der Reifen sich nicht gut in der Felge setzt und man pumpen, pumpen, pumpen muss und das irgendwann zu einem Problem wird. Bei dieser Pumpe kann man diesen Hebel einfach hochklappen und anfangen zu pumpen. Und was passiert? Diese Vorkammer, die ihr hier seht, die wird quasi mit der Luft, die ihr reinpumpt, vorkomprimiert. Das heißt, ihr pumpt die Luft nicht in den Reifen, sondern in diese Vorkammer rein. Ihr seht dann auf der Anzeige oben, wie viel Bar ihr da jetzt reingepumpt habt in diese Vorkammer und ihr könnt dann das Schlauchende oder Ventil vom Tubeless-Reifen dran machen. Und wenn ihr dann, weiß ich nicht, fünf Bar da schon vorgepumpt habt, dann legt ihr einfach nur diesen Hebel um und es wird alles stoßartig sofort in den Reifen geschleudert, was in dieser Vorkammer drin ist. Und die Tubeless-Montage ist innerhalb von zehn Sekunden erledigt. Also ich muss euch das nächste Mal, wenn ich irgendwie neuen Reifen montiere, unbedingt zeigen. Es lohnt sich für mich jetzt nicht, den Reifen irgendwie abzumontieren für, aber das ist das Einfachste, was es gibt. Super praktisch. Und das Teil ist immer im Kofferraum, wenn ich irgendwo hinfahre, Bikepark oder ähnliches, weil ich es einfach mega praktisch finde und wirklich jeden Cent wert. Und ich weiß noch, in meiner Kindheit hatten wir oft so Billigpumpen und die sind halt auch mal recht schnell kaputt gegangen. Und ja, ich weiß, dass diese Pumpe sehr, sehr teuer ist im Vergleich zu einer Pumpe. Ich glaube, die kostet 130 Euro und es ist halt einfach nur eine Pumpe. Also denke ich mir so, boah, viel Geld für eine Pumpe. Aber Leute, das Teil hier ist der Shit. Ich bin froh, dass ich die besitze. Und die hat mir auch schon bei der Tubeless-Montage sehr viel geholfen. Jetzt kommen wir noch zu meiner GoPro-Halterung. Das ist nämlich auch sehr interessant. Ich habe nämlich einen Helm-Mount. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist hier oben im Schirm drin. Das ist nämlich ganz cool, weil der Fox Rampage-Helm, den ich hier habe, der hat ja hier so ein verstellbares Visier. Und wenn man so eine kleine Schraube am Visier hat, dann ist man quasi nicht verpflichtet dazu, die GoPro-Halterung zu kleben, sondern es gibt dann von Ninja Mounts, so heißt das, Ninja Mounts gibt es dann quasi einen Adapter mit einer Schraube dran und dann kann man das Teil komplett verschrauben. Da ist nicht eine Sache verklebt. Finde ich richtig praktisch. Das gibt es für verschiedene Helm-Versionen alles bei Ninja Mounts online zu sehen. Ich bin halt kein Fan davon, das immer so halbherzig zu kleben. Ich habe einfach Glück gehabt. Ich habe den Helm nicht deswegen gekauft oder ähnliches. Ich habe das im Nachhinein recherchiert und ja, einfach Glück gehabt. Und ich bin froh, dass es jetzt so ist. Und das Helm-Mount nutze ich eigentlich immer nur dann, wenn ich jetzt zum Beispiel zeigen möchte, dass bestimmte Passagen auf dem Trail super steil sind oder wenn ich zeigen möchte, wie groß ein Double ist unbedingt oder so. Aber ansonsten benutze ich eigentlich meinen Chessie. Und das hier ist ein ganz normales 0815 Chessie. Ich weiß, das von GoPro ist noch nicht mal teuer, aber ganz ehrlich, ich bin einfach zu Amazon gegangen, habe mir so einen Teil für 10 Euro gekauft und das erfüllt halt seinen Job. Also wenn ich irgendwann mal was Negatives zu diesem Chessie herausfinde, werde ich euch da auf jeden Fall Bescheid wissen lassen oder mir halt das GoPro-Teil bestellen. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, dieses günstige Teil hier. 10 Euro bei Amazon und ich habe kein einziges Problem damit gehabt und ich benutze das immer, bin super zufrieden. 20, 30 Euro gespart. Weiterhin habe ich noch zum Thema Schuhe. Da habe ich letztens schon mal ein Video aufgenommen zu den Schuhen. Das zeige ich euch jetzt mal eben. Und dann kommen wir noch zu dem untersten Teil des Körpers. Das sind die Füße, aber das ist in dem Sinn jetzt nicht wirklich ein Protektor, sondern einfach Schuhwerk allgemein. Und da zeige ich euch jetzt meine ungewaschenen 510 Freerider Pro. Ich habe diese Schuhe gewählt. Ich habe auch mehrere Modelle von 510 mir bestellt gehabt. Ich bin ganz am Anfang mit meinem ganz normalen Skateboard beziehungsweise Vans Schuhen gefahren. Dann habe ich auf jeden Fall von einem Kollegen mal so 510s testweise angezogen und die Dinger kleben an meinen Pedalen. Ich habe die Crankbrothers Stamp 7. Die Dinger kleben da dran. Und ich mag das richtig, richtig gerne. Ich kann euch das mal zeigen. Die sind zwar jetzt wirklich nur dreckig, aber die Sohle, die packt sich richtig geil an die Pedale. Und ich habe mir genau dieses Modell ausgesucht, weil die halt eben hier vorne so eine kleine Unterstützung, also hier vorne sind die so leicht ausgehärtet. Das Ding ist halt einfach Schutz. So, und ich meine, die Schuhe sehen gut aus. Riccardo ist das beste Beispiel. Riccardo sagt, ich habe Wanderschuhe. Das sind die besten Schuhe, die man zum Biken haben kann. Ist direkt abgerutscht, hat sich wehgetan. Hat sich 510s geholt, beziehungsweise einfach Bikeschuhe. Ist seitdem zufrieden. Ist nie wieder abgerutscht. Also, Leute, das hat schon einen Grund, warum es Fahrradschuhe gibt, beziehungsweise Mountainbikeschuhe. Natürlich, wenn ihr wisst, was er tut und wenn ihr gut dabei seid, könnt ihr wahrscheinlich auch mit Gummistiefeln fahren oder Barfuß, was eventuell ein bisschen wehtun würde. Aber ihr versteht schon, was ich meine. Also, es gibt Wanderschuhe, die sind halt gemacht zum Wandern. Ist meine Meinung. Es gibt Fußballschuhe, damit spielt man Fußball. Und genauso gibt es Mountainbikeschuhe und mit denen fährt man ein Mountainbike. Wie gesagt, man kann mit x-beliebigen Schuhen natürlich fahren, aber ich glaube, dass das immer noch einfach nochmal ein bisschen besser und anders ist als mit anderen Schuhen. Und zusätzlich habe ich noch ein weiteres Ausstattungsstück, was ich auch schon letztens in einem Video aufgenommen habe. Und zwar, das ist meine Brille und die zeige ich euch jetzt auch nochmal. Das ist, sagen wir mal, ein Luxusartikel, den ich mir gegönnt habe. Das ist nämlich eine Oakley Trail Brille und die, da muss ich sagen, bin ich auch durch die Winterausrüstung, die ich besitze, ein bisschen voreingenommen, weil ich eine Oakley Prism Winterbrille besitze. Und seitdem ich diese Prism Gläser jemals in meinem Leben benutzt habe, wollte ich nie wieder was anderes haben. Ja, jetzt habe ich mir hier für die kleinen Touren vor Ort hier und generell für Wälder habe ich mir halt diese Oakley Brille gekauft. Die sind wirklich nicht schön. Ich finde die überhaupt nicht schön. Findet ihr das schön? Ich finde das nicht schön. Auf jeden Fall. Dieses Glas hier drin ist halt, das ist offizielles Trail Glas. Das ist gemacht, damit man Trails gut erkennen kann im Wald mit schlechten Sonnenbedingungen, Lichtbedingungen, wie auch immer. Diese Gläser, die sind der absolute Wahnsinn. Also wenn ihr irgendwie brillenaffin oder Oakley-affin seid und sagt so, ja, ich will mal was anderes, probiert dieses Timer aus. Unfassbar, wirklich unfassbar geil. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich das ja mal in die Kamera, vielleicht erkennt man da einen Unterschied. Jetzt habt ihr einen ganz klaren Wald gesehen gerade. Teurer Luxusartikel. Meiner Meinung nach jede durchsichtige Brille, die euch irgendwie Windschutz beziehungsweise Fliegen, Steinschlag, Augenschutz, Sonstiges gibt, ist vollkommen ausreichend. Aber dieses Teil hier, richtig, richtig geil. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dieses Video euch in irgendeiner Art und Weise vielleicht weiterhelfen konnte. Wenn ihr Fragen habt zu den Klamotten, zu den Größen oder wie, wie mein Bauchumfang ist oder irgendwas, das euch helfen würde, dann schreibt das gerne in die Kommentare oder meldet euch bei Instagram. Ich versuche alles zu beantworten und vor allen Dingen, wenn euch das Video in irgendeiner Art und Weise gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben und vielleicht sogar noch ein Abo da. Das würde auf jeden Fall mir und dem Kanal helfen, einfach größer zu werden. Also ich werde davon nicht größer, ich freue mich nur, aber der Kanal wird größer und wird mehr gesehen und es macht mir einfach auch eine Freude dann. Ich finde das cool, auch eure Kommentare immer zu lesen oder das ermutigt mich einfach dann, oder motiviert mich einfach, das Ganze hier weiterzumachen und versuchen, jede Woche irgendwie neuen Content für euch zu produzieren. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns Sonntag dann in meinem nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, bleibt dir bitte gesund, macht's gut, bis dann, ciao.